Hallo, herzlich willkommen bei Jurassic Food. Sicherlich interessierst du dich für Früchte und eine gesunde Ernährungsweise. Aber wie viele Früchte kennt ihr eigentlich schon? Kennt ihr schon die Jackfrucht, die größte und älteste Frucht der Welt? Oder die schöne Sternfrucht? Oder die Passionsfrucht? Avocados, aber nicht die aus dem Supermarkt. Baumgereifte Papayas? Cassia Fistula zur Körperreinigung? Junge Trinkkokosnuss Pagode? Junge Trinkkokosnuss Light? Die Schlangenfrucht Salak? Ananas Baby und Bonbon? Sheremoja? Saputillen? Kumquat? Aber es gibt natürlich noch viele weitere Früchte zum Entdecken. Wir als wahre Fruchtliebhaber suchen euch die besten Fruchtsorten aus. Sie sind alle baumgereift, wild, hauptsächlich bio und kommen alle von kleinen Produzenten. Unsere Früchte sind topfrisch. Es vergehen lediglich drei bis fünf Tage zwischen Ernte und Ankunft eures Paketes. Wir sind uns sicher, dass die Qualität unserer Früchte euch total überzeugen wird. Die Früchte kommen bei uns an, werden dann mit viel Sorgfalt und Liebe noch am gleichen Tag verpackt und kommen dann bei euch zu Hause an. Hier gibt es immer wieder neue Informationen über seltene Früchte, was sie enthalten, Verzehrtipps. Ihr werdet unsere kleinen Produzenten kennenlernen und auch mal das Team. Wenn ihr nichts verpassen wollt, dann abonniert jetzt schnell unseren YouTube-Channel. Kommt uns auch mal besuchen auf unserem Shop thoracicfruit.com. Ich sage euch bis bald. Ciao!